Helmut Gustav Friedrich Qualtinger war ein österreichischer Schauspieler, Schriftsteller, Kabarettist und Rezitator. Leben, Herkunft und Anfänge Qualtinger wuchs im Milieu des gehobenen Mittelstandes und Bildungsbürgertums in Wien auf. Sein Vater Friedrich war Gymnasiallehrer für Mathematik, Physik und Chemie am Alzergrunder Realgymnasium ix Glasergasse. Heute Erich Fried, Realgymnasium und ein glühender Nationalsozialist. Seine Mutter Ida Hausfrau, Qualtinger, der seit seiner Jugend ein begeisterter Leser war, gründete als Gymnasiumsschüler gemeinsam mit Walter Kohut und dem Sohn des Burgschauspielers Philipp Zeska die Mozartbühne ein Jugendtheater. Deren erste Aufführung wurde vom Schriftsteller Heimeto von Dodera besucht, der den Regisseur und Hauptdarsteller Qualtinger ermutigte, diesen Weg weiterzugehen. Zunächst studierte er Medizin und Publizistik, brach das Studium jedoch ab und begann eine Schauspielausbildung am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Frühe Theaterversuche in Wien und Graz endeten zunächst mit Misserfolgen. Qualtinger betätigte sich nach dem Zweiten Weltkrieg als Journalist, war Gasthörer am Max-Reinhardt-Seminar und spielte auf einer Studentenbühne. Erste Auftritte als Kabarettist folgten ab 1947 im Studio der Hochschulen in Wien in der Kabarett-Revue Die Grimasse. Seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte er aber schon im Mai 1945 als selbsternannter Kulturkommissar. Er wurde von der sowjetischen Besatzungsmacht für drei Monate inhaftiert, weil er mit einem Sowjetstern auf der Brust und einem selbst ausgefertigten Ermächtigungsschreiben eine Villa für die Gründung eines linksgerichteten Theaters beschlagnahmt und Schauspieler geworben hatte. Qualtinger behauptete, ein Freund des Bürgermeisters, Leopold Hofrichter, habe ihn dazu ermächtigt, was dieser bestritt. 1949 hatte sein erstes Theaterstück Jugend vor den Schranken in Graz Premiere und erregte bei seiner Uraufführung als halbstarken Drama. Das sich der Verelendung der österreichischen Nachkriegsjugend widmet, einen Skandal. Ein großer Teil der Zuschauer protestierte mit lauten Rufen, besonders bei den Szenen, die die Verfallssymptome dieser Kategorie von straffällig gewordenen Jugendlichen zum Ausdruck brachten. Im ersten Drittel der Aufführung nahmen die Kundgebungen solche Formen an, dass zum Schutz der Darsteller ein größeres Polizeiaufgebot angefordert werden musste. Der Gipfel der Demonstrationen wurde erreicht. Als in einer Szene der Darsteller der Rolle des Staatsanwaltes als Sühne die Todesstrafe forderte und daraufhin das Publikum schrie, ja, für den Verfasser. Das Stück wurde schon am nächsten Morgen vom Spielplan genommen. In den Jahren bis 1960 arbeitete er vor allem an verschiedenen Kabarettstücken mit dem namenlosen Ensemble. Seine Trevnitschek-Dialoge mit Gerhard Borner sind in die Kabarettgeschichte eingegangen. Qualtinger war bekannt für seinen Schabernack. 1951 erlangte er internationale Popularität, als er es schaffte, eine Zeitungsinte zu lassieren, in der der Wien-Besuch des berühmten Eskimo-Dichters Goburg mit seinem Werk Das Brennende Iglu angekündigt wurde. Zahlreiche Reporter versammelten sich am 3. Juli 1951 am Wiener Westbahnhof. Dem Zug entstieg statt des erwarteten Gastes Helmut Qualtinger mit Pelzmantel und Mütze. Von einem Radioreporter nach seinem ersten Eindruck von Wien befragt, antwortete er, Der Herr Karl 1961 trat Qualtinger in dem Ein-Personen-Stück der Herr Karl als Feinkost-Magazineur auf und schaffte damit seinen Durchbruch im deutschen Sprachraum. Der Herr Karl arbeitet im Keller eines Lebensmittelladens und erzählt einem imaginären Kollegen von seinem Leben vor, während und nach dem Krieg. Oberflächlich betrachtet erscheint der Herr Karl als netter Kerl mit liebem Blick. Doch nach und nach erfährt der Zuschauer von dem Wendehals und Opportunisten Herrn Karl, der eigentlich ein gefährlicher, weil unberechenbarer Mitläufer ist. Bei all dem ist die Intonation bezeichnend. Von einer Bewunderung der Nazis auf Wienerisch wechselt er schlagartig in eine Art verordneten Ekel in der Hochsprache. Wahrscheinlich haben mehrere authentische Gestalten als Vorbilder für den Herrn Karl gedient, unter anderem ein Magazineur, mit dem Qualtingers Kollege Nikolaus Henel in einer Wiener Feinkosthandlung gearbeitet hatte. Zusammen mit Karl Merz schuf Qualtinger mit dem Herrn Karl eine Schreckensfigur, die ihm in Österreich viele Feinde und sogar Morddrohungen einbrachte, so offen hatte vor ihm noch niemand den Durchschnittsbürger als Mittäter. Entlarvt und dargestellt Weitere Tätigkeit Helmut Qualtinger galt er als schonungsloser Kritiker des gemeinen Mannes denn als Kritiker der Mächtigen. Dennoch wurde ihm nachgesagt, dass er mit dem Lied der Papa wird's schon richten den Rücktritt des damaligen Nationalratspräsidenten Felix Hurdes bewirkte, dessen Sohn war in einen Autounfall mit Todesfolge verwickelt, was vertuscht werden sollte. Seine Meinungen und Kommentare schrieb er in einer bürgerlichen Zeitung, dem Kurier, beispielsweise von 1955 bis 1961 gemeinsam mit Karl Merz die wöchentliche Glosse Blattel vormund. Ab den 1970er Jahren verstärkte Qualtinger seine schriftstellerische Tätigkeit und ging vermehrt auf Lesetourneen. Seine Lesungen eigener und fremder Texte waren so erfolgreich, dass sie auch auf zahlreichen Sprechplatten erschienen. Neben und vor allem nach seinen Kabarettzeiten spielte er unzählige Theater-, Film- und Fernsehrollen. Zuletzt 1986 den Mönch Remedio da Varagene in Der Name der Rose nach Umberto Ilkos rummern an der Seite von Sien Conary. Tod bei den Dreharbeiten zu dem Film Der Name der Rose erkrankte Qualtinger schwer. Während der letzten Filmszenen musste häufig unterbrochen werden, da er starke Schmerzen hatte. Es wurde sein letzter Film. Im Alter von 57 Jahren starb Qualtinger am 29. September 1986 in seiner Geburtsstadt Wien. Er ist in einem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof beerdigt. Privates Helmut Qualtinger war zweimal verheiratet, zunächst ab 1952 mit der Kinder- und Jugendbuchautorin Leomare Seidler und ab 1982 mit der Schauspielerin Vera Borek. Er hatte aus erster Ehe einen Sohn, den Maler, Schriftsteller, Musiker und Kabarettisten Christian Heimeto Qualtinger. In den Jahren von 1960 bis 1976 lebte Helmut Qualtinger in einem Wiener Gemeindebau in Wien-Döbling. Dieser Gemeindebau trägt seit 1998 durch die Gemeinde Wien veranlasst ehrenhalber den Namen Helmut Qualtinger Hof. Zuletzt war er Mieter einer weitläufigen Wohnung in dem in der Wiener Innenstadt gelegenen Heiligenkreuzer Hof, der dem Stiftheiligenkreuz in Niederösterreich gehört. Im Jahr 2002 wurde in Wien Landstraße die Helmut-Qualtinger-Gasse nach ihm benannt. Theaterarbeiten Auf der Bühne trat Qualtinger vor allem am Wiener Volkstheater unter der Regie und in der Direktion von Gustav Manka auf, in Johannes Troys eine Wohnung zu vermieten und als Titus Feuerfuchs in der Talisman, als Untersuchungsrichter Porfiri Petrovic in Dostoyevsky Schuld und Sühne und als Zauberkönig in Geschichten aus dem Wiener Wald, aber auch in Shakespeare Dürrenmatz König Johann und unter der Regie von Bernd Fischerauer in Wolfgang Bauer Kassuraufführung von Silvester oder das, Massaker im Hotel Sacha und als Dorfrichter Adam in Kleist's Der zerbrochene Krug, den er zuvor 1971 am Hamburger Talia Theater gespielt hatte. Am Theater in der Josefstadt spielte Qualtinger in Schillers der Parasit, den Fisköre in Molnars Lilium und den Schuster Knirimin Nes Troys Lumpazivung Gabundus. Speziell Nes Troys Titus Feuerfuchs in der Talisman war in Qualtingers Darstellung ein Bruch mit der Wiener Darstellungstradition und verließ völlig die gewohnte Schiene dieser Rolle. Seine physische Massigkeit und behäbige Gefährlichkeit war weit entfernt von der Alerten, Figaro-haften Quecksilbrigkeit des charmanten Hellodress. Er wuchtete stattdessen einen gefährlichen Anarchisten auf die Bühne. Neben ihm spielte Brigitte Svoboda die Salome Pokalle. Filmografie 1952 1. April 2000 1953 Einmal keine Sorgen haben 1953 Hab ich nur deine Liebe 1954 König der Manege, Regie Ernst Marischka 1955 Du bist die Richtige 1955 Hanussen, Regie O. W. Fischer, Georg Marischka 1955 Sonnenschein und Wolkenbruch 1957 Das Abgründige in Herrn Gerstenberg 1957 Scherben bringen Glück 1958 Man müsste nochmal 20 sein 1959 Mekosch im Geheimdienst 1959 Die schöne Lügnerin Regie Axel von Ambesser 1960 Mit Himbeergeist geht alles besser 1961 Geschichten aus dem Wiener Wald Regie Erich Neuberg 1961 Die Kurve Regie Peter Zadig 1961 Der Herr Kall Regie Erich Neuberg 1961 Mann im Schatten 1963 Biedermann und die Brandstifter Regie Helmut Matiasek 1965 Lumpazivonka Bundus 1965 Radetzkiemarsch Regie Michael Kehlmann 1965 1965 Der Himbeerpflücker Regie Erich Neuberg 1966 Die Hinrichtung Regie Erich Neuberg 1966 Der Fallbohr Regie Walter Davy 1967 1967 Umsonst 1967 Kurzer Prozess Regie Michael Kehlmann 1967 Der Paukenspieler 1968 Das Schloss 1969 Das Weite Land 1970 Passion eines Politikers Regie Otto Anton Eder 1971 Geschäfte mit Plückharen Regie Klaus Peter Witt 1971 Das Falsche Gewicht Nach dem gleichnamigen Roman von Josef Roth Regie Bernhard Witzky 1973 Der Kultera 1974 Krankensaal 6 1975 Eiszeit 1975 Der Richter und sein Henker 1975 Abel hat Die Entmannung 1976 Mitgift Regie Michael Verhöven 1976 Kösner Pi Legenda 1976 Die Alpensaga 1977 Maligens Rückkehr Regie Helmut Koltner 1979 Grandissen 1979 Geschichten aus dem Wiener Wald Regie Maximilian Schell 1983 Katzenspiel Regie East Van Chabot 1986 Das Diarium des Dr. Döblinger Regie Michael Schotenberg 1986 Der Name der Rose Regie Jean Jack Annaut Kabarettprogramme Die Grimasse 1947 Im Studio der Hochschulen Litzlichter mit Michael Michael Kehlmann mit Michael Kehlmann Karl Merz 1950 im Kleinen Theater im Konzerthaus Reigen 51 mit Michael Kehlmann Karl Merz Gerhard Bronner 1951 im Kleinen Theater im Konzerthaus im Konzerthaus Brettel vorm Kopf mit Michael Kehlmann Karl Merz Gerhard Bronner 1952 im Kleinen Theater im Konzerthaus Lattel vorm Mund mit Michael Kehlmann Karl Merz Gerhard Bronner 1956 im Intimen Theater Glasel vorm A.U.G. 1956 im Intimen Theater Spiegel vorm G.Sicht 1958 Dachl über M.Kopf 1959 Hackel vorm Kreuz 1959 Der Herr Karl mit Karl Merz 1961 Alles gerettet mit Karl Merz 1963 Die Hinrichtung mit Karl Merz 1965 Diskografie Der Konfuse Zauberer Preiser Records SPR 3348 Bösendorfer Preiser Records 90559 Der Böhmische Herr Karl Preiser Records 93104 Der Ewige Spießer Preiser Records 90198 Der Gupfte Verdel Der Herr Karl Preiser Records 93001 Der Qualtinger Ein kabarettistisches Porträt Preiser Records 931095 Die Hinrichtung Preiser Records 9318 Der Rosenkavalier 90130 Die letzten Tage der Menschheit Teile 1 bis 5 Preiser Records 93105 93104 931014 93128 93128 93126 Die Qualtinger Songs Preiser Records Preiser Records Preiser Records 90105 Fifi Mutzenbacher Preiser Records 93199 90950 90950 Frühere Verhältnisse Preiser Records Telefonatoren Preiser Records 90106 10950 13950 Helmut Quartinger Leist Jaroslav Hasek Die Abenteuer des braven Soldaten Schweig, Preiser Rekords 1986, Kabarett aus Wien, Preiser Rekords 90.081, Kabarettisten singen Klassiker, Preiser Rekords 93.098, Mein Kampf, Preiser Rekords 93.224 als Video, Helmut Qualtinger liest Mein Kampf, Absolut Medien, Frülfing 2016, ISBN 978389848579, Mit fremden Federn, Preiser Rekords 90.194, Moritaten, Preiser Rekords 90.016, Musik, Ernst Kölz, österreichisches Lesebuch, Preiser Rekords 93.006, Qualtinger in Linz, Preiser Rekords 93.0039, Qualtinger liest Qualtinger, Preiser Rekords 90.280, Quoltingers Böseste Lieder, Preiser Rekords 90.312, Reigen, Preiser Rekords 93.124, Regie, Gustav Manker, Mithilde Sochur, Helmut Lohner, Hans Jarei, Blasche Aubry, Christiane Hörbiger, Peter Weck, Robert Lindner, Schallplatt L'Vormund, Preiser Rekords 90.026, Schwarze Lieder, Preiser Rekords 90.007, Nachgedichten von H.C., Artmann und Gerhard Rühm, Musik, Ernst Kölz, Schüttelreime, Preiser Rekords 90.178, Tagesbefehl, Preiser Rekords 90.638, Trevnitschecks gesammelte Werke, Preiser Rekords 93.10. Vion, Preiser Rekords 93.037, Wiener Bezirksgericht, Teile 1 bis 4, Preiser Rekords 93.041, 93.136, 93.184, 90.253, Toller, Szenen aus einer deutschen Revolution, Preiser Rekords 99.009, Auszeichnungen 1972, Filmband im Gold für das falsche Gewicht, Filmporträt André Heller, Qualtinger, gesendet von ZDF Kultur am 27.09.2011.